HELLO FROM THE OTHER SIDE OH GOD YOU NEVER SEEM TO BE HOME Ich bin kein großer Fan von Brains und schon gar nicht von Lektobrains Der wurde ja am Anfang von GANUFA 2 als sehr stark und ein sehr beliebter Brains Mittlerweile gilt er auch unter Brains-Fans als der schlechteste Brains Das heißt ihr könnt euch jetzt darauf einstellen, dass es jetzt nicht besonders so eine Killte in die Show-Runde wird Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen was fürs Team tun Wenn wir spielen Gartenzweckbombe Wie immer hat das das Schicksal entschieden Denn ich spiele eigentlich immer gemischt Modus Also alle Modi durch Und wenn wir Lektobrains spielen würde ich sagen hier auch ein paar Elektrobots Wie ist der Mr... Nein Mr. Freezy heißt der Eis-Bot bei den Zombies Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie heißt der Elektrobot? Müssen wir danach schauen Gut Ja, aber was kann der Elektrobot? Wie gesagt ist der nicht besonders... Ist er... Meiner Meinung nach nicht besonders stark Und deswegen ist das natürlich auch super super clever von mir Mich hier in die Massen zu hauen Ich hab schon eine 3er Serie Wie hab ich das gemacht? Ich weiß es nicht Aber hier... Die Rose könnte ich tatsächlich noch packen Vielleicht... Okay, ja, okay Ich hab ihn schlecht in Erinnerung Natürlich mit dem... Wie heißt das... Die ist die Anpassung... Die was ich hier gerade angepasst habe Aber die legendäre auf dem Kopf irgendwas mit... Kätzchen Glaub ich Ich schaue es dann gleich nach Weil das interessiert mich jetzt gerade wirklich Und da können wir... Wenn wir gleich beim Nachschauen sind schauen Der heißt... Mr. Electro Ich dachte mir... Mr. Electro klingt so langweilig Das kann auch nicht Mr. Electro heißen Aber er heißt tatsächlich so Mr. Freezy klingt wenigstens doch ein bisschen interessant Aber hier haben wir schon wieder Kandidaten Die was mich die ganze erteilen Und ich hab eigentlich gesagt ich mag das nicht so gerne Aber... Oh... Entschuldige Mein Fehler Es hat sich nur so angehört Ich darf nicht zu überheblich sein Das geht nicht Eine Fünferserie geht doch eigentlich Ich dachte echt... Wir kommen da jetzt mit ne... Also ich komme da jetzt mit ne... Negativ KD raus Ah ok gut... Das war jetzt... Bin ich zu schlecht... Bin ich zu schlecht... Zulande geflüchtet? Ich schaff es gar noch Oder auch nicht Weg hier weg weg hier Wie oft will ich noch eingeschlemmt werden? Ja gut... Den einen hab ich mit dem Ziesi und den Superulte bald Und ich werde oft gefragt... Was ist mein Lieblingscharakter in Garofa 2? Und darauf sage ich immer... Ich hab keinen... Ich spiel... Ja so ne Handvoll... Sehr gerne... Und weil ich hab keinen... Speziellen Lieblingscharakter Weder bei Zombies Noch bei Pflanzen Noch bei Kakteen Noch bei Wichten Noch bei Erbsen Noch bei whatever Aber ich habe eine Lieblingsfähigkeit Und das ist jetzt der Zielsuchen Superulteball Und für das... Obwohl ich ihn am Anfang bei Release Überhaupt nicht mochte War auch noch schlechter Aber jetzt liebe ich ihn Nicht weil er so stark ist Oder weil er so viele Kills macht Sondern weil er... Weil es einfach Spaß macht Du... Killst damit nichts Nein Nur... Man killt wirklich Nicht so viel Also schon... Schon ordentlich Also wenn man nicht gut einsetzen kann Und gut damit spielen kann Killten mit dem... Zielsuchen einen Superulteball Den jetzt übrigens Superlux gibt Oder... Es gab ihn auch mal zu... Doch... Es gab ihn auch mal für Echtgeld zu kaufen In seinem Pack Aber... Es macht einfach Spaß Ich hab gleich so ein paar Kleine Sketcher gemacht Auf dem Zweitkanal Mit dem Zielsuchen Superulteball Ich verlinke die oben Hier bei dem i Wo man einfach so geile Kills machen kann Wo man einfach schießt Und ein paar Sekunden später Man hat schon... Den Ball ganz vergessen Okay In diesem Fall jetzt nicht Was macht der hier? Der versucht... Ja... Das bringt ihm jetzt glaube ich nicht so viel Bin ich jetzt hier stärker Also... Schnell schlagen tut er schon Auf jeden Fall ist... Zielsuchen Superulteball Top Macht einfach Spaß zu spielen Gut Ich bin ja nicht so der Lanzlinge Charakter Deswegen versuche ich hier mal zu setzen Okay... Hätte ich gleich... Mich umbringen können Und zur Ziel gehen können Komm schon... Ja... Also... Ich fühl den jetzt gott gar nicht mal so schlecht Ich glaub es kommt noch drauf an Was fürn Modus man den spielt Denn hier... Und... Läuft möglich was für eine Map Denn diese Map ist sehr verwinkelt Also relativ klein Ja gut... Sehr gut... Der... Schaut da auf die Bombe Schafft aber nicht wenn jetzt gleich stirbt Ja gut... Das war schlecht welter... Ist natürlich das Geschütz auf ihn gegangen... Sehr gut... Sehr gut... Noch einen Kill gemacht... Oder... Eigentlich noch einen Kill gemacht... Ah was machen... Den hab ich nicht gemerkt... Hab ich den... Graf Schnappler gekillt... Ich weiß es nicht... Noch gar nicht mal so schlecht eigentlich... Also ich bin jetzt selbst von mir... Und vom... 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 Vom Elektro Brains überrascht... Hätte ich nicht gedacht... Okay... Und wir führen sogar ganz gut... Sehr schön... Mr. Elektro wird wieder gesetzt... Von ihnen hab ich so viel von den Bots... Von den Zombie Bots... Also... Für... Für meine fällt nicht so viel... Es gibt bestimmt Leute die was immer noch... Mehr haben... Und immer weiter sammeln... Aber ich hab mir das Ziel gesetzt... Also... Ziel gesetzt... Das ist mir eigentlich jetzt nicht egal... Aber ich möchte halt irgendwie doch... Ähm... Alle Bots loswerden... Ich mach ja keine Packs mehr auf... Ihr wisst ja... Ich hab ja keine... Ich hab ja... Keine Packs mehr zum aufmachen... Außer die... Bot Packs... Wo man nur... Bots bekommt zum setzen... Sonst hab ich ja keine mehr... Und... Okay... Und ich hab mir irgendwie das Ziel gesetzt... Ich... Brauch die nicht... Also ich brauch... Ich möchte einfach weg haben... Besser flüchten... Okay... 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 Ah... Da bin ich jetzt... Uh... Weg... Warte... Nein... Das ist nicht passiert... Ah... Ganz schlecht... Das war wirklich nicht... Nicht gut... Ja... Wer hätte damit rechnen können... Aber wir haben schon gewonnen... Was für eine schnelle Runde... Was für eine schnelle Runde... Aber ihr seht... Ich glaube es kommt wirklich stark auf die Map drauf an... Wie... Der... Elektrobrinz ist... Also hier war jetzt wirklich... Ordentlich... Also... Es waren noch viele Massen da... Da... Da kommt die Elektrofähigkeit gut zur Geltung... Aber auf irgendwelche weitläufigen Maps... Wo er weiß der Norden oder so... Wie hierübernahme generell... Hm... Würde ich ihn vielleicht nicht spiegeln... Und auch oft bei Modi... Also bei Teamseek würde ich hier auf dieser Map vielleicht auch nicht spielen... Mal schauen... Aber... Man kann hier auf alle Fälle spielen... Macht... Viel Spaß... Sogar der Dreieck hat hier eigentlich ganz ordentlich... Gut... Ich hoffe es gefallen... Nur eine ganz kurze Runde... Das... Dafür gab es nächste Woche... Letzte Woche gab es eine längere... Und nächste Woche wird es wieder eine längere geben... Wahrscheinlich... Mal schauen... Und schreibt natürlich neue Pflanzencharaktere in die Kommentare... Schaut in die Videobeschreibung rein... Da sind viele tolle Informationen... Und... Ja... Ja... Lass den da mal noch unter... Schreibt mir das Kommentar... Neuen Pflanzencharakter... Und nächste Woche... Wieder eine neue Runde... Wahrscheinlich jeden Mittwoch um 16 Uhr habe ich geplant... Aber... Ihr seht... Das ist nicht immer so... Passt... Bis dann... Ciao! Mtk 3 holes 0 0 壮